Gut, also das hat schon eine extra Portion Selbstvertrauen gegeben. Gerade in der Abfahrt bin ich heuer sehr, sehr stabil. Kartina den ersten Sieg und dann gleich 24 Stunden später den zweiten. War sehr cool und jetzt freue ich mich, dass es endlich losgeht mit dem Saison-Highlight. Das erwarte ich mir, also dass ich wieder mein bestes Skifahren zeige und dass ich mir dann im Ziel nichts vorzuwerfen habe und was dann rauskommt, nehme ich mit. Natürlich bei einer WM zählen nur die Medaillen und das wäre der Wunsch. Es kommt mein Freund mit seiner Cousine, was eine sehr, sehr gute Freundin von mir war, ist mein Bruder und meine Gaudi, also meine Daufbattin. Ich freue mich irrsinnig, dass die dabei sein können und dass die das auf sich nehmen, dass sie da nach Aure reisen. Noch stecken sie im Schneechaos fest. Also in München ist es heute glaube ich nicht viel gegangen mit Fliegen und in Stockholm nicht mit Landen und ich hoffe, dass sie jetzt morgen kommen. Sie haben sie jetzt mit der Reisegruppe Venia zusammengeschlossen und ich hoffe, dass wir sie dann morgen am Abend das erste Mal sehen.